Im Frühjahr schon an den Winter denken? Ja, auf jeden Fall! Schaut mal, was hier alles schon ausgesät ist. Das ist Gemüse für den Winter. Wintergemüse wie Palmkohl, Grünkohl, Rosenkohl, Winterwürsing. Denn das sehen wir jetzt schon aus, damit der Winter, der Garten im Winter voll ist mit Gemüse, was wir dann auch beernten können. Und das richtige Saatgut dafür, das bekommt ihr bei uns im Kiosk. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei der Aussaat.